In einem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr eure Medien, die ihr mit eurer Kamera aufgenommen habt, in Filmora importieren könnt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer frisch bearbeitetes und korrigiertes Videomaterial schlussendlich mit Filmora exportiert. Und damit herzlich willkommen auf dem deutschsprachigen YouTube-Kanal von Filmora. In der Regel wird euer Projekt größer und umfangreicher sein, als das hier in meinem kleinen Beispiel der Fall ist. Daran dürft ihr euch nicht stören. Die Größe eures Projektes hat nichts mit den Exporteinstellungen zu tun und kann somit für große wie auch kleine Projekte gleichermaßen angewendet werden. Hier in meinem Beispiel seht ihr innerhalb der Timeline einige Clips, die teilweise mit Audio- und Effektspuren versehen sind. An einigen Stellen gibt es sogar Texteinblendungen. Aber wie gesagt, hierbei handelt es sich lediglich um ein kleines Beispiel. Euer Projekt wird garantiert weitaus umfangreicher sein. Habt ihr alle eure Clips bearbeitet, geschnitten und korrigiert, stehen euch mit Filmora eine Vielzahl an Exportmöglichkeiten zur Verfügung. War es beim Importieren noch möglich, das Ganze auch über die Menüleiste anzugehen, lässt sich der Export so nun nicht mehr anwählen. Über den Menüpunkt Datei lässt sich maximal das aktuelle Projekt unter einem Namen seiner Wahl abspeichern. Das jedoch hat nichts mit dem Export zu tun. Für den Exportbereich hat Filmora einen extra Button angelegt. Dieser befindet sich oben rechts über dem Info- bzw. Bearbeitungsbereich und ist farblich hervorgehoben. Innerhalb des Buttons erkennt man auf der rechten Seite sogar ein kleines Dropdown-Symbol. Wenn man hier mit dem Cursor draufklickt, erreicht man eine Art Schnellübersicht und gelingt so direkt in die Exporteinstellung, um sein Video zu erstellen bzw. auf ein bestimmtes Gerät zu exportieren oder es gleich auf YouTube, TikTok oder Vimeo hochzuladen. Wir nehmen allerdings hier in diesem Video den etwas ausführlicheren Schritt und klicken direkt auf den großen Exportieren-Button. Daraufhin erscheint ein Auswahlfenster, welches mir im Grunde die eben genannten Punkte aufzeigt. Die Vielzahl an Einstellmöglichkeiten, die mir hier auf einen Blick dargestellt werden, erscheint übrigens auch, wenn ich nur auf dieses kleine Dropdown-Symbol klicke. Im Grunde also völlig egal, wohin ich klicke, die Exportauswahl erscheint immer. Und hier bei der Auswahl haben wir nun folgende Möglichkeiten. Im Lokal-Tab hier oben links kann ich mein fertig geschnittenes Videoprojekt lokal auf meiner Festplatte vor meinem Computer speichern bzw. exportieren. Hier kann ich dem Clip dann einen Namen geben, den Speicherort wählen sowie auch nachträglich die Projekteinstellungen beeinflussen oder aber ändern. Hier lassen sich dann unter anderem die Auflösung, die Bildrate, die Kodierung wie auch der Farbraum und schlussendlich die Exportqualität einstellen. Das Ganze lässt sich übrigens auch auf Wunsch als Voreinstellung hier unten links abspeichern. Wir lassen dieses Fenster in unserem Beispiel jedoch unberührt und klicken hier einfach auf Abbrechen. Im eigentlichen Lokal-Tab kann man dann noch das Videoformat einstellen sowie auch die Möglichkeit, sein eigentliches Filmprojekt in die Filmora Cloud als Backup zu speichern oder aus dem angelegten Videoprojekt automatisch eine Art Trailer erstellen zu lassen. Filmora nennt das Ganze hier übrigens Highlight-Video. Auf der linken Seite kann ich meinem zu exportierenden Projekt sogar noch eine Miniatur bzw. ein Thumbnail hinzufügen. Das übrigens bietet das weitaus teurere Programm Final Cut von Apple leider nicht. Diese Vielzahl an Einstellmöglichkeiten bietet Filmora praktisch auf allen weiteren Tabs. Das Exportieren auf diversen Endgeräten wie zum Beispiel dem iPhone, dem iPad, dem Apple TV oder aber auch Geräte von anderen Herstellern wie das Samsung Galaxy, einer Xbox oder aber einer Playstation sind hier über den Geräte-Tab nur einen Klick entfernt und sorgen damit für eine kinderleichte Bedienung. Je nachdem, für welches Gerät man exportieren möchte, ändern sich dann übrigens auch die Einstellungen in den Punkten Qualität, Auflösung und Framerate. Der nächste Tab ist super interessant und sehr praktisch für Leute wie mich, die regelmäßig auf YouTube Videos hochladen. Hier kann man sein Video mit den wichtigsten Voreinstellungen nämlich direkt auf dem innerhalb von Filmora verknüpften YouTube-Account hochladen. Abgesehen vom Anlegen eines Videotitels ist es mir darüber hinaus sogar möglich, eine Videobeschreibung einzufügen, eine Kategorie für mein Video zu wählen und sogar die für mein Video relevantesten Tags anzulegen. Somit habe ich die wichtigsten Punkte für YouTube bereits mit Filmora erledigt. Da ich selbst TikTok wie auch Vimeo nicht nutze, überspringen wir diese Bereiche einfach, kann euch aber sagen, dass der Aufbau hier sehr ähnlich ist, wie wir es auch in dem YouTube-Tab hätten. Der letzte Tab ist übrigens ebenfalls nicht ohne, gerade für die Personen, die das Videoprojekt auf eine DVD brennen oder vervielfältigen wollen. Auch hier kann ich der DVD einen Namen geben und sogar mein Seitenverhältnis bestimmen. Zwischen den TV-Standards NTSC und PAL kann ich durch ein einfaches Dropdown-Menü wählen. Großer Pluspunkt ist die Anzeige meiner Kapazitätsgröße, denn so kann ich bereits auf den ersten Blick sehen, ob mein Projekt, mein Videoprojekt, welches ich bearbeitet und geschnitten habe, überhaupt auf eine DVD passt. Das ist ebenfalls sehr praktisch, wie ich finde, und ein kleines Feature, an das Filmora ebenfalls gedacht hat. Ist alles richtig und nach seinen Wünschen eingestellt, genügt ein Klick auf den Exportieren-Button und um alles weitere kümmert sich Filmora. Filmora macht es da mit Videografen oder Content-Creatern also sehr einfach und sorgt dafür, unser fertiges, bearbeitetes Material schnellstmöglich auf die für uns passende Plattform hochzuladen. Und wer nun wissen möchte, wie man seinem Video einen ganz bestimmten Look verpasst, der sollte sich das Video zu unserem Effekt- und Filterpanel genauer anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.